Hallo. Hallo. Ja, diesmal haben wir zehn Pakete Sammelfiguren von Playmobil. Aus der vierten Serie. Die waren recht günstig, da wo ich sie gefunden habe. Die kosten glaube ich sonst 1,99 für 99 Cent. Darum habe ich gleich ein ganzes Packen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wieviel verschiedenes es da gibt. Es schaut mir so aus nach zwölf Figuren. Ja, bei mir sind das die 13. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht zu viele Doppelte drin haben. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Was kommt raus? Oh Gott! Was kommt raus? Oh Gott! Na, ich glaube, die müssen sie zusammenbauen. Oder? Da ist eine Anleitung. Ja, die sind ja in tausend Teile. Sehr schlimmer wie Lego. Guck mal das an. Mhm. Achso, da kann man auch, das wusste ich jetzt noch gar nicht, die Figuren ja auch etwas durcheinander zusammenbauen und sich da eigene Kreationen zusammenstellen. Wir haben jetzt glaube ich, so wie es ausschaut, den hier unten rechts. Und da sind eben verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gegeben. Aber wir bauen sie jetzt einfach mal so zusammen, wie sie aus der Packung kommen. Ich mache das jetzt also auch zum ersten Mal. Mal. Ja, das wird richtig. Boah! Ich probiere mal, wie ich den schaffe. So. Ist das jetzt vorne oder hinten? Boah! Das ist aber schwierig jetzt nicht, dass man jetzt so... So. Mhm. Jetzt sollte man erst hier einbauen. Ist das etwas für ein Quatsch, was ich da mache? Macht nichts. Papa hat auch Quatsch gemacht. Ah! Das krieg ich jetzt auch hin, kann er nicht tun. Guck mal, meins an! Also erst sollte man dieses Mittelteil hier, das innere Stück, um die Füße machen. Dann die Hände in den Torso stecken. Und erst dann die Füße halten. So. Jetzt schaut das besser aus. Kopf rein. Mein Ding sieht etwas gut aus. Das ist jetzt noch zuvor eigentlich. Was du meinst, Papa? Oh, der hat ja auch Haare. Mann hat auch Haare. Mann hat auch Haare, Mann hat. Mann ist hier zu be... Kannst du das denn... Ich, oder? So. So, jetzt habe ich es dann doch noch geschafft, den fertig zu kriegen. Was du meinst, jetzt? Aufkleber sind ja nicht dabei gewesen. Fast richtig gebaut. So. Toni hat nämlich hier was vermisst. Schau mal dann her. Schau mal dann her, Papi. Voll geil! Wer gegen mir könnte kommen. Das ist die fertige Figur. Unser Alien. Mach weiter Papa. Ja bitte. Ich hoffe ich war jetzt ein bisschen schneller mit dem Zusammenbauen. Jetzt habe ich den Dreh, glaube ich, raus. Schon wieder der gleiche. Den gleichen nochmal, dann bauen wir den jetzt auch mal. Aber nicht zusammen vor der Kamera. Doch. Doch, doch. Le, bitte nicht. So, was hat er jetzt hier? Mir ist bekannt, was ich jetzt... Ne, das ist ja... Da muss man ja an alles denken hier. Mensch 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 Papa. Mensch 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 Papa. Mensch 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 Papa. Papa du ist voll der Mensch. Wir haben einmal den gleichen, aber ich brauche ihn jetzt nicht so nieder auf. Ne, ich brauche ihn jetzt einfach machen. Mal, Lego Chima. Unser Richard Löwenherz. Wieder der gleiche? Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt haben wir schon unser drittes Alien. Wir können also eine Alien-Invasion jetzt dann starten. Unser Bart hier will auch nicht wirklich heben. Irgendwie haben wir immer das Gleiche von denen. So, jetzt... Jetzt kommt ein anderer raus. Das sieht so aus. Ich probiere mal, ob ich den Haar noch... Ich probiere mal, ob ich den kann. Aber du kannst mal... Oha, das sind Stacheldinger. Oha! Das sieht so aus. Ah! Wie lange wird es da an Papier? Tut voll weh. Gefüllte 50 Teile für unsere zwei Alien. Ich zeig's mal. Wer es noch nicht kennt, also mir war es jetzt auch neu, dass man den Körper erstmal zusammenbauen muss. Aber ist natürlich klar, so kann man viel mehr kombinieren. Das kann sich da einzigartige Figuren zusammenstellen. Guck mal Papa, ich hab's fast. Mhm. Das ist so mit das hier. Unser Hanker oder sowas. Ein total abgedrehter Typ hier. Papa, leg mal das da an. Ja, der hat... Hab's schon gemerkt. Aua! So Gummihaare. Zeig's mal. Das ist seine Frisur. Ich mach weiter mal. Mach den mal weiter, ja. Das ist kein Gleiches. Den hat man noch nicht gehabt. Das sieht aus wie ein Feuerwehrmann, hm? Nein, Quatsch. Nichts Quatsch. Das ist kein Feuerwehrmann. Das ist ein Bauer. Ach, das ist ein verrückter Professor oder sowas soll das sein hier. Glaub ich. Oder sowas ähnliches. Oder ein Alkoholiker. Das ist doch kein Alkoholiker. Das ist ein Bauer. Der schaut also so aus. Zeig mal her. Ja. Na guck, das ist ein Feuerwehrmann ist. Nein. Ein Feuerwehrmann hat keinen Hammer. Das ist ein Feuerwehrmann, oder? Nein. Nein. Und guck mal. Ein Feuerwehrmann hat keinen Hammer. Du musst denkst du für was? Der ist öfter vernächtig. Öfter Feuerwehrmann. Ja. Der hat keinen... Das ist ein Bauer. Feuermann. Feuermann. Das nennt man eine Rettungsaxt. Ein Feuerwehrmann hat keinen Hammer. Das ist ein Bauer. Ein Bauer. Ja, vielleicht ist er ein Bauer. Das kann schon sein. Der hat keinen Hammer, der Bauer. Kann ich gleich zwei. Einmal einen Ersatzkragen. Deiner Set. Wandschuhe hat er auch noch. Vielleicht ist es doch ein Feuerwehrmann. Ja, jetzt schaut er schon langsam so aus wie einer, gell? Das ist eine Rettungsaxt. Was ist das denn? So schaut er aus. Boah, ich muss bitte machen mal schnell. Ah, ja. Den haben wir also auch schon. Unseren zweiten Richard Löwenherz. Wollen wir den auch zusammen? Ja, machen wir später. Machen wir ein neues Paket auf. Ja, unser viertes Alien. Das gibt es ja nicht. Ja, wie ich gesagt habe. Es gibt eine Alien-Invasion hier hin. Machen wir gleich das nächste auf. Aber ob ich dann nicht so wieder so ein gleiches Ding finde? Warte mal, ich tippe auf ein. Alien. Ja, ich tippe auf ein. Warte mal, ich tippe auf ein. Ich tippe auf. Latte Alien und alles. Ja, dabei gäbe es so schöne Figuren hier noch. Ein Klon, einen Piraten, einen Piloten. Magier. Ein neuer Mann. Zum Glück, Mann, ein neuer. Ja. Das ist unser. Was ist das? Ja, das ist so ein cooler Typ. Irgendwie so ein Sänger oder Rapper. Den bauen wir gleich zusammen. Indianer gibt es noch. Wo ist ein Indianer? Ein Römer. Das wäre eigentlich meine Lieblingsfigur gewesen. Wo ist ein Indianer? Eine Chance haben wir noch da. Was haben wir jetzt verloren? Gar nichts. Machen wir einfach mal weiter. Okay. Irgendwas ist runtergefallen. Schauen wir mal, was uns fehlt. Ich mach weiter. Die letzte Schafe. Wieder der gleiche. Und noch mal einen Löwenholz. Na, das ist mein Papier. Jetzt weiß ich, was wir verloren haben. Und zwar das Mikrofon von unserem Rapper hier. Zeig. Zeig, 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 zeig. Zeig, zeig, zeig. Und Haare. Jetzt hat der mal keine Haare, Mann. Das. Das gehört da dazu. Weißt du, ich sehe nirgendwo den. Wir gehen mal kurz rum. Boah, ich sehe nirgendwo. Boah. Ich sehe nirgendwo. Ich sehe nirgendwo. Boah. Boah. Liebe Zuschauerinnen, die sind verloren gegangen. Also dran suchen. Ist ja im Moment nicht aufzufinden unser Mikro. Ja. So schaut er im Moment aus. Ohne Mikro. Papa weiß, was ich gefunden hab. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ja. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Wir haben zwei, drei Könige. Wird auch ein bisschen schwierig. Die werden sich streiten um den Thron. Und haben vier Aliens, oder? Nein. Fünf. Ich zeig mal nur eins, zwei, drei. Vier Aliens haben wir. Ja. Okay. Wir werden später noch die Mädchenserie aufmachen. Ja. Ich bin jetzt über Sie. Na woher sie ist, die Meermine. Ich habe einen Geist. Da habe ich mir angerester. Da habe ich mirTu-Dach. Ja. Ich habe mich dabei. Ich habe mich dabei.